Im blauen Nass, sehr weit von hier, ganz kurz vor Afrika, begann es etwa kurz vor vier, am frühen Nachmittag. Die Reise war so nicht geplant und stand auf keiner Liste, sondern begann ganz unverhofft mit einer großen Kiste. Ich ahne es, du weißt schon, wer der Held ist dieser Tour. Ja, der kleine freche Wuschelkopf, Leon der Lemur.